Was macht die Schlafsack-Design-Modelle von Grützebeck so besonders? Es sind hochwertige 3-Saison-Schlafsäcke, die auch noch gut ausschauen. Vielseitig einsetzbar für Campen, im Caravan, auf Schulhausflügen, auf Festivals oder zu Hause auf der Couch. Aber fangen wir einfach mal innen an. Ein mehrfach gebrushtes, hochatmungsaktives und weiches Innenmaterial lässt einen beim Einschlafen wohlfühlen. Die hochwertige AR-Füllung speichert viel Luft, das wärmt, wenn es kalt ist, und ist auch angenehm, wenn es mal wärme wird. Außerdem macht sich der Schlafsack so kuschelig weich. Für mehr Komfort sorgt auch der breite Komfortschnitt. Im Fußteil versteckt sich ein super kuscheliger Flieseinsatz mit tollem Muster, der vor allem die Füße umschmeichelt und wärmt. Bei der Außenhülle wird durch eine zweite, darunter liegende Schicht die Füllung zurückgehalten. Deshalb benötigen wir keine stickige Kunststoffbeschichtung im Außenmaterial. Das macht den Schlafsack so angenehm atmungsaktiv und raschelfrei. Unter dem hochwertigen Waikel-Kate-Zipper mit dem Kompass ist eine gefüllte Abdeckleiste. Diese verhindert den Verlust der Wärme über den Reißverschuss. Auch wurde eine Reißverschussrückhalteband eingefiegt, das sein Einzwicken zwischen dem Auf- und Zumachen verhindern soll. Der Packsack ist geräumig, dadurch kann man ihn problemlos auch mit weniger Kraft einpacken. Mit seinen Kompressionsgriemen kann er dann zum Abporn klein zusammengezogen werden. Die Mumienschlafsäcke wiegen ca. 1590 Gramm und haben eine Komforttemperatur bis minus 1 Grad und eine Extremtemperatur bis sogar minus 17 Grad. Und zu guter Letzt gibt es viele verschiedene Designvarianten, wo man sich seinen neuen Lieblingsschlafsack aussuchen kann. Und zu guter Letzt gibt es viele verschiedene Designvarianten, wo man sich seinen neuen Lieblingsschlafsäcke wiegen ca. 1590 Gramm und haben einen Lieblingsschlafsäcke wiegen ca. 1590 Gramm und haben einen Lieblingsschlafsäcke. Und zu guter Letzt gibt es viele verschiedene Designvarianten, wo man sich seinen neuen Lieblingsschlafsäcke wiegen ca. 1590 Gramm und haben einen Lieblingsschlafsäcke wiegen ca. 1590 Gramm und haben einen Lieblingsschlafsäcke wiegen ca. 1590 Gramm und haben einen Lieblingsschlafsäcke.